Hallo meine Lieben, begleitet Opa Mario auf einem interessanten Weg zu Reichtum, Ansehen und Macht in der Hanse. Ah, ok, gut, so, vielleicht klappt es jetzt mal gucken, Konvoi, nicht liebe Konvoi, sondern dann bekommen wir das Zeug, ha, ach so, jetzt haben wir das Zeug, nehmen wir das Salz mit, sonst kriegen wir sowieso nicht los, und die haben wir auch extra gekauft dafür, so. Und drei Weinen, ach 380, wir haben nur noch, wie 380, insgesamt 380 oder was? Ach, 380 oder jeder 380? Boah. Hm. So. Da habe ich ja kein Problem, Geld haben wir, sage ich jetzt erstmal einfach, genug. Aber so richtig Laderaum haben wir gar nicht, ne? Also, wenn wir noch ein Schiff basteln, was Laderaum hat, ohne Kanonen. Ach so, der geht nicht. Ah, nur der Seemöwe. So, also wie gesagt, noch eins, noch eins bauende Schneeke ist zu klein. Mehr können wir nicht bauende, wir müssen die Kirche haben. 21. Februar, okay. Ach, na guck mal, der ist doch bald. Da können wir doch mit leben. Da können wir doch mit leben, würde ich mal sagen. Ja, der Auftrag erteilt. So, jetzt Handel. Wie weg, Konvoi. Damit wir. Entschuldigung, wir können so noch Salz dazu. 1. seiner Glocke, 2. 3. 5. 6. Ich darf nicht vergessen, wir haben ja jetzt nicht zu viel Platz, ne? Honig. Chance nutzen, Honig loswerden. Komm, hier. Habt's aber Platz. Salz. Salz ist doch wichtig. War nicht Bier eigentlich auch? Oder hier? Handwerkszeug. Wo ist Bier? Da ist Bier. Hier. So. Na ja, schüppern wir erstmal los. Wir müssen ja erstmal Geld machen. Da, Honig. Honig. Weißt du, Honig loswerden? Honig? Hier, Honig. So, Platz in den Schiffen kriegen. Gras, ach, und so eines Gras. Salz. Ah, ich hoffe, es war 65. Handwerkszeug. Nein, 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 das sieht ja nicht. So. Käse. Nehmen wir mit. So, wie kann ich denn... Ich will doch. Was? Hat jetzt gar nicht mitgekommen oder was? Scheiße. Zurück. Was ist da denn los? Wie kann ich den Dalko-Voy draus machen? Beide zusammen. Beide zusammen. So. 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 15. März, so, dann machen wir doch die Beiden. Ich will nicht einzeln handeln. Kann ich hier nicht... Äh... Ich hab mir per Maus verschieben. Ach, das muss doch... Ich muss doch drei Schiffe gleichzeitig in einem Dings haben können. Oder ist das wieder Werf zuständig? Verkauf nicht. Verkauf nicht. Verkauf nicht. Adler der See. Gib mir doch... Großhändler sind verschwunden. Geschrei. Schleif... 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 Explosion... Ne. Ja... Können wir es. das soll ein können wohl sein ok wo ist denn mein wo ist denn mein Käpt'n denn 410 Gold am Tag das geht nicht, kann ich nicht ich kann die nicht oder kann ich die doch ich muss die einzeln das ist ja ich mag kein Ausbau auch nicht wie soll euer Könvoy heißen unser Konvoi ja ja wie soll das funktionieren ey ich muss doch drei Schiffe in den Hafen fahren lassen können aber geht das erst später schiffschliste ich muss doch Hm. Wie weg teils. Wie weg teils. Hm.